hinten laufen sie einmal getroffen einer down jetzt muss der andere dann auch wo der hat sich da irgendwo verschanzt natürlich überhaupt nichts hier ist der andere down und der anderen ist da so gesagt gute war ich habe geschossen und habe ihn getroffen er wusste nicht von wo es kam hat sie umgedreht hat er noch eingekriegt oder andere mich einmal getroffen er ist down aber von dem anders der von da kommt glaube ich das müssen mehrere gruppen sein du eingetroffen nur mal gucken wo die andere gruppe ist da muss auf jeden fall noch einer umrennen die frage ob man wartet ich glaube der hat uns nicht erspät aber man weiß es ja nicht ich habe einen erwischt glaube ich aber er hat mich auch erwischt mit dynamit ja aber ich bin auch tot versuchte ich mal durch den zaun wieder zu beleben müsste klappen aber es sah geil aus du bist umgefallen er ist umgefallen das rennt hier mann oh ja da rennen sie kommen wir von zu ich habe mich auch mal getroffen zieh mich mal zurück oh gib mir die geile spritze komm ja jawohl jawohl Er hat den wiederbelebt, den ich schon mal getroffen habe. Der brennt jetzt. Der andere zieht sich zurück. Er läuft jetzt auf mich zu. Und hier ist ein anderer. Cowboy-Hut von da. Ich bin down. Der schießt sehr gut. Ja. Sehr geil. Schönes Ding. Ja, ja. Das waren irgendwie zwei, drei Gruppen. Die haben sich immer wieder selber wiederbelebt.